Nächste Folge mit Stellaris geht los hier auf dem Kanal von Writing Bull mit mir Matsumen. Liebe Grüße an euch alle und wir müssen eine Entscheidung treffen. Für den vermissten Archäologen, der ja hier irgendwie noch Sachen hinterlassen hat und vielleicht kann uns helfen doch durchaus die Schutzgeschichte durchdrehen. Wir können sagen, wir scheuen keine Kosten, kostet uns ein bisschen Geld und Einfluss oder wir verlieren drei Hinweise oder gar nichts oder was Schlimmes passiert. Wir sagen mal, wir scheuen keine Kosten. Wir wollen den finden. Mal sehen, was wir dort noch rausbekommen. Sternbasenkapazität etwas erhöht jetzt. Klar, wir haben ja Systeme beansprucht und das Uralion-System... Ja, ist ganz spannend. Ich weiß gar nicht, von wem das beansprucht wurde. Da haben wir ja gerade den Planeten entdeckt. Hm. Das scheint zu uns jetzt zu gehören. Scheint so zu sein. Vielleicht hatten wir vorher einen Anspruch da drauf und deshalb gehört das jetzt schon zu uns. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Jedenfalls, bevor unsere Flotte weiterfliegt, stellen wir erstmal fest, dass unsere Explosivwaffen hier besser geworden sind. Die haben eine erhöhte Feuerrate und wir holen uns als nächstes was. Einmal einen kurzen Blick werfen auf unsere, auf unsere Welten. Wir haben keine Wohnraumprobleme. Wir haben nur Gebäudeplätze und ein paar Arbeitslose. Das heißt, mehr Stadtdistriktwohnungen brauchen wir nicht. Dann hole ich uns mal mehr Schaden für die Kinetikwaffen. Und gucken einmal kurz, was wir hier noch bauen können. Auf Shukon Prime. Einmal was für Kristalle. Wo finde ich was mit Kristallen? Einmal Kristalle bitte herrschen. Synthetische Kristallanlage bitte. Auf Talandra wollen wir bitte einmal einen planetaren Außenposten errichten. Auf dem Mars. Erstes Mal Arbeitslosigkeit auf dem Mars. Planetendefizit bei Mineralien. Dann bauen wir jetzt mal einen Mineralien-Distrikt. Ich mag, dass das zumindest die Kernwelten in sich ausgeglichen sind. Jetzt, wo wir nicht mehr ganz so stark auf Spezialisierung gehen müssen. Jump on Prime holt sich auch den Außenposten. Baut noch einen Distrikt für die Industrie. Und unsere Generatorenwelt. Könnte das Solotheater verbessern. Brauche ich es aber gar nicht. Hm. Ja, könnte einmal eine... Ah, eine Was sich holen. Überzeug mich irgendwie alles nicht so wirklich. Eine zivile Industrie. Das waren in fast schon unsere Welten. Hier haben wir eine Festungswelt auf dem Core. Gut, die ist aber auch automatisch, glaube ich, schon verwaltet. Ja, nee. Aber da können wir nichts mehr machen. Okay. Hier können wir auch nichts mehr machen. Ist alles besetzt. Und das ist eine gerade neu hinzugekommene Welt hier unten. Dann. Jetzt dachte ich, jetzt können wir endlich mal diesen Flottenkampf hier sehen. Jetzt ist hier gar keine Flotte mehr vor Ort. Und wir stellen fest, dass bei den Wächtern wieder was passiert ist. Oha. Wir haben den vermissten Archäologen gefunden, Leute. Wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut. Und der vermisste Archäologe wurde bewusstlos und schwer verletzt gefunden. Er versteckte sie im Unterholz unter einer natürlichen Felsformation und hielt einen blutigen Datenblock unter seinem Arm. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wegen einer schweren Hirnverletzung behandelt, die auf ein Trauma durch einen stumpfen Schlag hinweist. Obwohl sein Zustand jetzt stabil ist, leidet er noch immer unter Gedächtnisverlust und hat keine Erinnerung daran, wie es die Wunden erlitten hat. Splitter einer einzigartigen Metalllegierung, aus der auch die Wächter geformt wurden, wurden in seinem Schädelknochen gefunden. Alles, woran er sich erinnert, ist, dass er sich vor jemandem versteckt hat und davon gelebt hat, was das Land geboten hat. Seine Notizen enthielten jedoch einige weitere hilfreiche Informationen. Hilfreich ist auch das, was Tenga Kortel gerade gemacht hat. Das 13. Mal Abo hinterlassen. Danke dir. Danke an Tenga Kortel und liebe Grüße. Es ist schon mysteriös. Oh. Und einer unserer, Gott, Gott, einer, ist das unser Haupt, Erforscher, erhält die Eigenschaft verstümmelt und lebt 40 Jahre weniger. Und ist damit offensichtlich jetzt schon wieder tot. Haben gar keine Benachrichtigung bekommen, dass jemand gestorben ist. Jetzt geht das hier schon wieder nicht weiter. Das ist schon wieder analysiert. Jetzt brauchen wir wieder einen neuen Anführer. Nee, hier ist doch Naranasolpon. Kann die das nicht weitermachen? Bitte weiter ausgraben. Trümmer geholt. Senatssitzung. Alle wollen wesentliche Verwaltungssanktionen bisher haben. Okay. Können wir machen. Gah. Oh, wie schön. Wir haben die Kontrolle über Auralion 1, welches von den Ukex Beacon kontrolliert wurde erhalten, weil wir die Sternenbasis in diesem System hier kontrollieren. Und das finde ich sehr nett. Das gefällt mir. Meine Güte. So, wir fallen gerade in das System ein. Und ja, die Wächter melden sich schon wieder. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier los bei der Archäologie? Unsere Archäologen konnten einen Scanner von dem anderen Wissenschaftler so modifizieren, dass er tiefer in den hybriden Verbundwerkstoff eindringen kann, aus dem die Statuen bestehen. Diese Scans haben nun gezeigt, dass eine Strahlungsquelle von ihrem Kern ausgeht. Um weitere Untersuchungen durchführen zu können, müsste einer der Wächter aufgebrochen werden, wodurch er höchstwahrscheinlich zerstört werden würde. Da eine der Statuen bereits einen Teil ihres Flüges verloren hat, empfehlen unsere Archäologen, mit dieser zu beginnen. Okay, also wir können die ganzen Statuen demontieren und ein neues Spezialprojekt bekommen für die Wächter. Wir sagen nein, wir ziehen uns quasi zurück. Wenn wir die Wächter erhalten, kann dieses Land nicht für andere Zwecke genutzt werden. Und wir bekommen ein Artefakt. Wir haben 10% mehr Gesinnung auf Spiritualismus, mehr Einigkeit. Wir können ein Distrikt weniger bauen. Und die archäologische Stätte wird aufgelöst. Dann würde ich sagen, öffnen wir den Wächter vorsichtig, damit wir ihn wieder zusammenbauen können. Wir sind ja neugierig. Sie haben einen neuen Eintrag bekommen und können wahrscheinlich direkt hier... Nein. Man könnte hier vor Ort das erforschen, können wir offensichtlich nicht. Brauchen wir einmal Ingenieurforschung. Die dicke, schuppenbeschichtete Hülle der Wächter hat sich mit herkömmlichen Werkzeugen als undurchdringlich erwiesen. Und unsere Archäologen benötigen die Unterstützung der technischen Abteilung, um weiter voranzukommen. Dauert einen Monat. Und wenn wir hier fertig sind, dann gehen wir zu dem uralten Grab, was wir entdeckt haben. Ja. Und jetzt sind wir ja gerade im Kampf. Oh, schaut mal. Hier eine 104er. Wow. Was für eine Citadelle. Das kann nochmal ein mächtiger Kampf werden. Mal sehen, ob unsere Flotten hier mithalten können. Ich hoffe, wir verlieren nicht zu viele. Aber da kommen ja die ganzen Flotten. So. Mächtige Waffen werden abgeschossen. Sogar weit weg in flüchtende Schiffe, die hier hinten... Ja, gerade explodieren beim Fluchtversuch. Und jetzt müssen wir diese ganzen Verteidigungsplattformen erstmal abschießen. Oh, das sind jetzt die Wächter. Mal sehen. Die Wächter sind erwacht. Das Technikteam bereitete sich gerade darauf vor, den zerbrochenen Wächter zu zerlegen, als ein leiser Schauer durch die Statuen strömte und sie mit einem Summen und glühenden Körpern zum Leben erweckte. Die pulsierende Strahlung aus ihren Kernen hat sie beweglich und transparent gemacht und ein digitales Netz von Knotenpunkten sichtbar gemacht. Noch bevor jemand reagieren konnte, hatten sie die Archäologen umzingelt und in einem Kraftfeld gefangen. Jetzt möchten sie mit uns sprechen. Ja, wir hören sie uns an. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Die Wächter mit dem zerbrochenen Flügel wendet sich an einen anderen Wächter und beginnt zu sprechen. Bitte Diana, lass sie los. Ich möchte aus diesem Gefängnis befreit werden. Ich kann die Tage nicht mehr zählen, an denen wir unseren Meistern gedient und auf dieser Erde abgemüht haben, während sie den Himmel unter uns genießen. Ich bin am Leben, aber innerlich tot. Sie sind tot, aber lebendig. Willst du mich nicht gehen lassen? Diana wirft ihr einen angewiderten Blick zu. Excelsior, bei den Göttern, beruhige dich. Unsere lieben Ruhen unten. Hast du unsere Sünde vergessen? Wir haben versprochen, sie für alle Ewigkeit zu bewahren. Das ist unser einziger Weg zur Erlösung. Mit prüfendem Blick schätzt sie unsere Lage ein. Ihr seid keine Bedrohung für uns Menschen. Lasst uns in Frieden und wir beschützen diesen Planeten für alle Ewigkeit weiter. Wir fragen mal, was seid ihr? Wir sind Wächter zum Tor des Himmels, die Bewahrer der Unsterblichkeit unseres Volkes. Himmel? Himmel, obwohl ich bezweifle, dass euer Konzept des Himmels dem unseren Meister, unserer Meister entspricht. Sie zieht eine Augenbraue hoch und kichert. Unsere Meister haben einen feineren Geschmack. Jetzt können wir sagen, wir akzeptieren euren Schutz oder wir brauchen dieses Land. Ja, also wir können sagen, wir bekommen mehr Einigkeit von Jobs und können halt ein Distrikt weniger bauen. Oder wir sagen, nein, wir brauchen das Land. Aber hier steht irgendwie nicht, was dann passiert. Tja, also wenn ich mir mal überlege, wie wir so aufgeschätzt sind. Wir sind zwar durchaus neugierig, aber guckt mal hier. Freiheit für Aliens, Liga der Gleichberechtigten, alle sehr, sehr weit vertreten. Kirche der Freien Spiritualisten. Also dann sagen wir mal, wir akzeptieren euren Schutz. Der Excelsior nähert sich den Archäologen. Bitte, beendet mein Leiden. Ihr könnt sagen, es steht euch frei zu gehen. Nein, wir brauchen dich. Freiheit für Aliens. Es steht euch frei zu gehen. Weiter geht's. Mächtiger Kampf im Hintergrund. Mal sehen, ob wir diese Station hier klein bekommen. Ist schon ein bisschen aufwendiger. Scheint geklappt zu haben. Wir werden aber bestimmt Verluste erlitten haben. Ja, zwei Zerstörer, fünf Zerstörer, drei Korvetten. Ja, das geht ja noch. In der ersten Terranischen Schutzflotte, in der zweiten Terranischen Schutzflotte und beim Faust des Wächters. Okay, und hier haben wir natürlich Kolonieschiff ist zerstört, Konsportschiff zerstört, das ist gut. Ja, und den Außenposten, Transportflotte, das ist gut. Und dann gleich bitte einmal nachbauen. Faust des Wächters bitte sofort hinterher produzieren und auch bei der zweiten Flotte. Und die können natürlich bitte einmal sowieso alle einmal Amazonauten heilen, bitte. Die sind gar nicht hier. Hier haben wir wieder eine Welt, die wir belagern wollen, wahrscheinlich. Oh ja, die hat eine mächtige Garnison, die müssen wir belagern. Und diese Welt hier, auch mächtige Garnison. Also da müssen wir natürlich die erstmal runterbomben. Das wird uns ein bisschen Zeit kosten. Aber vielleicht kommen ja dann die ein bisschen wieder zurück zu uns. Mit etwas Glück. So, jetzt haben wir aber hier oben die Denker und die Schädlingsbekämpfung, oder? Genau, und da haben wir gesagt, wollen wir mal ein bisschen auf Jagd gehen, zum Beispiel hier hin. Oder auch hier hin. Aber erstmal hier oben wieder zurückerobern. Unser Admiral, der ersten Schutzflotte, hat die nächste Stufe erreicht. Das ist gut. Und das haben wir uns schon angeschaut. Wir sind besser beim Ausweichen. Wir haben ein besseres Trefferverhältnis. Die sind ganz gut in ihrer Punktverteidigung. Aber schaut mal nur 69% Schadensleistung. Ich habe das Gefühl, dass sie besser geworden sind, gegenüber unseren Schilden und Rumpfschäden. Aber es ist ja auch stationär alles gewesen. Das darf man bei diesen ganzen Statistiken auch nicht vergessen. Hier kommen schon wieder Transportflotten. Wir können unsere auch schon mal hier rüber bringen. Architektonisches Interesse ist abgelaufen. Können wir wieder erneuern, machen das auch. Und unsere Schilder haben jetzt nochmal mehr Trefferpunkte. Dann holen wir uns mal als nächstes mehr Schaden für Energiewaffen. Und wir könnten... Na gut, die Schiffe sind alle noch unterwegs. Die werden repariert. So, wir fangen mal hier an mit der Welt. Mit dem Bombardieren, bitte. Und auch der kann hier einmal bitte bombardieren. So, jetzt wird die Welt natürlich hier ordentlich runtergebombt. Dass dann die Garnison hier mal runter geht. Und unsere Armeen können schon mal hier in den Orbit einfliegen. Repariert, 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 haben wir uns angeschaut. Einmal hier oben geschaut. Ja, hier werden wir es gleich in eine kleine Schlacht reinziehen. Das sollte aber machbar sein. Mit immerhin, wie viel? Knapp etwas mehr als 300.000 Kampfstärke. Go, go, go. Go, go, go. Können wir hier vielleicht die noch zurückschlagen. Und dann sind die ja noch hier zugange. Ja, und dann müssen wir natürlich hier einiges zurückerobern. Guckt mal hier. Auf der anderen Seite Jukeks Beacon. Fast nahezu... ...erobert. So. Jetzt kommt eine kleine Schlacht mal wieder. Ja, explodiert, explodiert. Also hier ist auch alles explodiert. Eindeutig. Jetzt geht es an die Station hier weiter. Okay. Wir haben... Einfluss im Überfluss. Mehr Flottenkapazität haben wir. Jetzt können wir wieder unsere Flotten erweitern. Bessere Flottenmanagementverfahren. Holen uns mal eine Sternbasenkapazität als nächstes. Ja, Einfluss... Ich kann nichts mit dem Einfluss wirklich machen. Außer, dass wir sagen, dass wir uns hier mal gucken, ob wir hier noch irgendwas ändern wollen. Galaktischer Fokus geht immer noch nicht. Krisenstatus geht auch nicht. Gibt es etwas, das wir ganz gerne einführen wollen? Wir haben uns das, glaube ich, schon mal angeschaut. Wir könnten den galaktischen Verteidigungstrupp erhöhen. Das könnten wir mal machen. Das machen wir mal. Das hat auch eine hohe Unterstützung. Wächterreformen, galaktisches Imperium machen wir mal nicht. Amtsbehemdbeschränkung ist alles schon... Alles schon zu unserem Gunsten. Krisenstatus geht nicht. Süchtigungsverkündung wollten wir nicht. Das war uns, glaube ich, zu hart. Auch ungezügeltes Wissen war uns, glaube ich, auch zu heftig. Ja, machen wir jetzt mal so. Wir können noch mal prüfen, ob es noch was zu claimen gibt. Vielleicht hat sich ja was geändert. Wir schauen uns das noch mal an bei den Ansprüchen. Aber es sieht doch sehr... ...dunkel aus. Das haben wir noch geclaimt. Das hatten wir geclaimt. Und das geht nicht. Geht alles nicht. Schade, schade, schade. Dann weiter. Jetzt einmal gucken, was hier die Belagerung macht. Wir haben 2.500, 3.000 hier oben. Oh, das dauert aber lange. Hier ist schon die nächste Flotte mit ihren Transportdingern. Aber da wir das ja hier unter unserer Kontrolle haben, wäre es nicht schlimm, wenn die das für uns erobern. Wir können auch mit unserer Flotte einfach mal weiterfliegen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Das dauert mir, dass du lange. Nehmen wir mal das nächste System gleich mit. Ja. Faust des Wächters und so weiter hier oben. Hier haben wir zurückgeerobert. Dann erobern wir jetzt mal das zurück. Hier flieht ein Konstruktionsschiff. Raketen sausen hinterher. Können die nochmal ein paar Raketen hinterher schicken? Nein. Hat geschafft zu fliehen. Okay. Ging schnell an uns. Dann gehen wir mal hier hin weiter. Gucken wir uns den nächsten Kampf an. Ja, hier wird ein bisschen gekämpft. Oh ja. Hier oben. Ah, die scheinen gerade rausgesprungen zu sein. Schade. Waren zu schnell. Wieso können die eigentlich so schnell fliehen? Das ist ja... Wir müssen immer irgendwie 120 Tage warten. Und die können direkt rausspringen. Das ist echt mies. Okay. Jetzt haben wir die aber hier oben ganz gut rausvertrieben. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir dem mal hier so entgegen. Hier vom Norden her. Und hier kämpfen wir jetzt wieder gegen eine große Station. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das vorteilhaft ist, wenn man mit mehreren Flotten bombardiert, anstatt mit einer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur wirklich zusammengerechnet wird. Habe ich noch nicht validieren können. Aber ich habe ja eh ein bisschen Ungeduld. Was ist jetzt hier los? Die wollen gerne eine psionische Schlacht haben. Das ist klar. Das ist aber unfair denjenigen gegenüber, die keine Psioniker sind. Oh, es sind aber viele, die dafür sind. Unsere Denkfabrik. Also wenn, dann wollen wir das ja umbauen in etwas, wer am mächtigsten ist vom Status her. Nein, das machen wir nicht. Wir sind eine Denkfabrik, Leute. Hier muss auf wissenschaftlicher Basis diskutiert werden. Ja, okay, Aero schreibt auch, die Stärke der Bombardierung hängt von der Anzahl der Schiffe ab, die mit der Bombardierung beschäftigt sind. Und dieses Ganze geht bis zum Maximum. Und dieses Maximum wird halt einem nicht richtig angezeigt. Hier gibt es auch eine Welt. Guck mal, die ist klein. Die können wir uns mal holen. Oh, aber nicht auf der Welt, sondern auf der Welt, bitte. Und die können in der Zeit mal nach hier oben weitergehen. Ja, und hier wartet jeder auf den anderen, dass man mal landet. Die fliegen auch weg. Ha! Ist ja lustig, wir fliegen gleichzeitig weg. Haben gesagt, nee, das dauert uns zu lange hier mit der Welt. Okay, finde ich sehr spannend. Wir können wieder Nahrung verkaufen, aber sind schon wieder nah am Maximum. Können wir uns lieber nochmal ein paar mehr Legierungen gönnen. Nahrung verkaufen. Meine Güte. Flott verbessern. Okay. Bach-Matrix-Bau abgeschlossen. Erste Stufe. Auch noch nicht ganz so imposant wie zum Beispiel unser Diplomaten-Viertel. Das Licht der Sonne blendet und die Dunkelheit des Weltraums verbirgt. Etwas. Erst als wir lernten, schneller als das Licht zu reißen, erfuhren wir, wie wenig das Licht preisgibt. Heute beginnen wir, unsere Amaurose abzubauen. Die Wach-Matrix, deren Bau wir im Poa-System vorbereiten, wird eines Tages ein unerschüttliches Panoptikum werden. Unser Auge wird jeden Stern erblicken. Eigentlich total erschreckend, aber für uns passend, dass wir unsere Legierungen ausgeben können. Dann sehen wir alles. Vielleicht sehen wir dann auch ein bisschen klarer in den Schleier hinein. Hört ihr die Stimmen auch, Leute? Wir haben einen winzigen Bereich im Schleier gefunden, in dem die psionische Energie mit einer Stärke konzentriert ist. Die wir noch nie zuvor gesehen haben. Jeder Psioniker, der es schaffen kann, diesen Einschluss roher Energie anzuzapfen, würde unermesslich mächtig werden. Aber es gibt nur genügend Energie für ein einzelnes Individuum. Und ohne Risiko ist es auch nicht. In der gesamten Terranischen Union gibt es nur drei Individuen, die psionisch stark genug sind, um diesen Energieeinschluss anzuzapfen und es überleben zu können. Wer soll ausgewählt werden? Tobana Forkham Wer ist denn das? Das ist unsere Anführerin hier oben. Wollen wir die auswählen, Leute? Wer weiß, was dann passiert mit ihr. Willst du das was Positives? Matsumen gibt es leider nicht in der Liste. Wollen wir es wirklich probieren? Wollen wir es wagen? Ob sie es überlebt? Wir machen es mal, Leute. Wir probieren es mal. Einmal probieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Volle Konzentration. Jetzt noch einmal ganz, ganz stark konzentrieren, Leute. Und gibt noch mal alles. Als die gewaltige psionische Energie des Energieeinschlusses zu Tobana Forkham transferiert wird, erschauert der ganze Schleier. Leider war ihr Verstand nicht in der Lage, mit dem Stress klar zu kommen. Vielleicht war es nicht vorgesehen, dass ein Lebewesen derart mächtig wird. Tobana Forkham starb durch eine starke Explosion psionischer Energie, die auch alle tötete, die sich in der Nähe befanden. Also Herrscherin ist tot. Neuer Herrscher muss gewählt werden. Was haben wir getan? Upsi. Was haben wir getan, Leute? Was haben wir getan?